Ah, der Bildschirm. Ich glaub, wir nehmen auf. Oh Gott. Da sind wir wieder. Ja, der Mensch fällt flach. Ah, jetzt hast du den Skin, Luca. Ne, warte, das ist nicht Luca. Oh, das ist ein Bafdard. Bei mir ist es überhaupt nichts gemacht. Oh, und? Oh, du Drecksau. So, jetzt hab ich den Skin. Wie springt man nochmal? Ich hab das Spiel so lang nicht mehr gespielt. Das funktioniert so, ne. Ja, vielleicht. Warte. Ja, bleib immer da unten, okay? Aber für was? Hm. Das ist dein Plan, Robin. Alter, ich muss hier wieder klettern. Hau, da sind viel. Lukas hat mich runtergezogen, das war keine Absicht. Ah, shit. Geht das? Vielleicht. Ich mein, ist das ein Level für minus 2? Nein, mach stehen. Ich hab stehen, keine Sorge. Kev? Hä? Ist das ein Level für mindestens 2, oder? I don't fucking know, Alter. Hab ich ja nicht geguckt. Alter, ich hab schon wieder so'n Delay. Ich glaub, wir müssen katapultieren, kann das sein. Ja, aber wie? Ja, jemand... Geht nach der anderen Seite? Es geht mal... Ähm... Können wir... Drei Leute hier drauf, okay? Ähm... Einer geht nach der unten und 12 finden sich in die Mitte, okay? Ah, wir können das schieben. Wir können das schieben. Das Ding hier. Woher? Was für ein Ding? Ach so! Wir sind schon geistbehindert, Alter. Ich will die No-Brainer! Wo ist Lukas? Der probiert mysteriöser Wege. Nee. Meine geistig... Ja. Ja, wo bist du? Das ist... Meine geistige Moral für Mechanismen ist ein mysteriös. Unkomplett. Wo ist er? Lukas, du musst es schon richtig machen. Ach da! Ich kletter jetzt da rüber! Okay, mach das! Ich bin... Okay. Ich jump down. Ihr habt das denn jetzt gemacht? Wir haben mich als Trampe bewegt. Auf dem Weg! Leute! Leute! Hilf mir! I helped! Er hat sich zirputiert, oder? Hä? Er hat sich zirputiert. Ich bin halt runtergefallen. Nee, er ist erst rübergeklettert. Ja, ich hab's geschafft. Hä? Ey, Moment mal. Also, ich nehme jetzt mein Rohr. Also, das kann man aber echt schaffen. Oh, oh, easy. Hallo? Bist du mein Rohr loslassen? Bitte, Lukas, das ist Verlässigung. Was? Nein. Ja. Hallo. Moin. Ach so. Was ist jetzt eigentlich das Ziel hier? Level beenden. Ich glaub da hochkommen. Also, ja. Robin und ich haben's gleich. Ja, ich bin aber etwas zu niedrig. Ich nicht. Ah, guck mal einer an. Guck mal einer an. Guck mal einer an. Ja, ja. Hast du auch das Rohr? Was? Äh. Was hat denn grad gespeichert? Ach, aber hab ich grad gespeichert. Weiß ich nicht. Meine, meine. Ach so, jetzt hab ich's. Nein, ich hab losgelassen. Ich bin drüben. Ey, bei da oben. Jump hier. Ey. Yeah. Ja, whatever. Ja, Robin, jetzt kommst du dir. Ich hab übrigens Flashbacks von der Mittelalter. Meinst du? Ja. Ja, Robin und ich machen mal. Scheiße. Wir brauchen das Rohr. Wir brauchen das Rohr. Jungs. Nicht töten. Ihr dürft euch nicht töten. Wir brauchen das Rohr. Welches Rohr, fach. Warte. 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 Jungs. Bleibt mal kurz da, wo ihr seid. Ja. Also, Robin und Lukas. Ja. Einen Moment bitte. Rätsel. Ah, okay, never mind. Wir brauchen, ich glaube, wir haben ein Pommes Rohr. Wurst? Wir brauchen ein Rohr. Also, wir brauchen noch eins. Nee, nee. Ich hab's. Ich hab das Rätsel. Ach so. Ja, easy. Was hast du mit dem Rätsel? Äpfel, Birnen? Karotten, du Wichser. Karotten, du Wichs. Ich brauch aber eins von den Rohren wieder. Äh. Ach, da oben ist es. Ah so. Weißt du, ich hab einfach das Rohr, das du da reingetan hast, um die Tür aufzumachen, hab ich's dann ins andere... Ich hab gar nichts benutzt, um die Tür aufzumachen. Hey, die Tür ist offen! Ja... Ich bin da rübergeklettert! Oh, was? Ah! Relativ angenehm aus. Okay, ähm... Ja, ich hab wieder so'n kleinen Delay drin, ich glaub, das ist wegen der... Ah! Du scheißfass, komm ran! Nein, Lukas! Du bist fast weg! Ich hab Angst gekriegt! Lukas? Ja? Das bin ich. Ich glaub... Ja, toll. Wie wärst du denn hier einfach eine als Dings verwenden, dass ich da dran klammere, wenn ich mir zunehmend einfach da hochdrehe, dann stehe ich das Ding dann runter. Sagst du... Hast du Lukas gesagt, damit ich das mache? Ähm... Nein, wenn ich dachte, du würdest vielleicht da mitmachen bei der... Warte mal! Warte mal! Ah, ich wusste! Warte mal! Entschuldigen Sie, das ist Belästigung. Reise nach Jerusalem! Das ist ne Polonaise und keine Reise nach Jerusalem, du sprach! Mir egal, du Wichser! Reise nach Jerusalem! Klar! Was ist... Warte... Wie machen wir das? Wir müssen das Ding erst nach hochbekommen. Irgendwie. Also Kevin, du brauchst mal wieder professionelle Hilfe. Immer! Warte, warte! Das ist nicht von mir, aber... Ah, easy! Oh, for fuck's sake, Jungen! Ihr müsst das festhalten! Ach, auf einmal müssen wir's festhalten! Naja, ich geh'n! Ich geh'n! Ich geh'n, Lukas! Tut er nicht ab! Oh mein Gott! Er wird gleich miserably fail! Das wär' lustig, actually! Das ist genau der Plan! Lukas, jetzt pass' auf! Ich roll' dat Fass runter! Okay, ich pass' auf! Du wusstest... Okay, das hast du bis gerade eben nicht gesagt! Ich hab' versagt! Okay, einmal. Ich glaub' ich muss mal da oben... I failed! Jetzt esse' ich'n Stück Pfannkuchen! Warte mal! Mach' das! Bei Verlierer kriegen Pfannkuchen! Corona da jetzt! Na ja! Ach so, ja! Ah! Es ist zu schwer! Leute! Es ist ganz recht geflogen! Es ist ganz recht geflogen! Ja! Ah! Ich hab' halt voll den Delay mit den Controls immer noch! Das regt auf! Wieso? Ich weiß es nicht! Mach' mal Ausnahme aus! Vielleicht hat Kevin auch ne scheiß Verbindung! Kann ich das... Kann ich das ganze Brett schieben, irgendwie? Ich hab' ein anderer Weg vielleicht! Vielleicht nicht die... ...menschliche... ...menschliche Katapult! Warte mal! Ich... Boah, zwei Leute! Glaubst du nicht, dass dein... ...dein professionell durchdachter Weg... ...ähm, das... Ja, dass jetzt nicht einer auf der anderen Seite hinhängt! Dann was?! Ich bin dabei! Ja! Oh Gott! Warte, ich musste erst mal hoch springen! Ja, jetzt... Nein! No, for fuck sake! Das Ding ist näher ran! Sobald das Ding etwas weiter... ...hup! Sobald ne gewisse Höhe hat, spring ich dran! Oh ne, nicht so! Ist das Freizeit! Ah, sind für mich grad'n bisschen dumm! Okay, das ist anscheinend die Hebebühne! Da gehen wir dann nachher hin! Genau! Ah, fuck this! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Brauchen wir das Rohr aus dem anderen Raum überhaupt? Um... Ich glaube nicht! Dann können wir das Rohr aus dem anderen Raum benutzen... Wo habt ihr denn das Rohr? Wo habt ihr denn das Rohr? Doch, das brauchst du! Doch, das brauchst du! Das brauchst du! Um die Tür aufzumachen! Sonst kriegst du... Das heißt, wir wollen definitiv die Tür vor hier irgendwie... Helf Kevin schieben! Ein Moment! Können wir das? Hm... Alter, wieso komm ich hier nicht hoch? Sonnenzwamp! Wieso bist du unsportlich? Der Typ ist fett, was erwartest du? Das ist einfach das andere... Fast genommen! Ja, wofür? Fast! Junge! Was? Wo willst du es denn hinhaben? Ja, hier rüber! Ja, ich will das aus der Rampe bauen, weißt du? Ah... Alter! Boah, ich heb das fast so hoch ich kann! So, jetzt... Wie machen wir das jetzt möglichst geschickt? Da, ähm... Wirst du das fast nicht runterschmeißen? Oh Gott! Keine Ahnung, das ist ne Wand! Das ist ne Wand! Wir sollen es runter schieben! Einfach! Ich bin zufrieden! Dann pass da nicht rein, Mann! Ich geh das denn... Jetzt mal rüber! So... Ehre! Du willst einen noch mehr? Ja, auf jeden Fall! Okay, ähm... Backlert hoch, wenn wir das Ding halten... Äh... Erstmal wieder rauskommen... Ja, ich versuche... Das ist noch nicht... Das glaube ich... Das ist größer nicht hoch... Das ist noch zu steil... Glaube ich auch... Der zieh es weiter vor! Ich hebe es gerade... Das fast noch... Ja, aber... Kommen wir damit überhaupt dann das Rohr? Ja, das ist... Frag ich mich glaube... Gerade auch, aber... Oh, Entschuldigung... Nehmen wir einen hier... Warte mal... Ähm... Luka ist zu klein... Das ist das einzige Problem... Jetzt müssen wir jetzt eine Katapulte machen... Leute... Jetzt... Jetzt ist doch nicht Katapultzeit... Ähm... Nein! Oh, da... Joka! Nee, das war so... Ah, der will an! Lass meine Hand los! Lass meine Gasmaske los! Lass meinen Schwanz los! Das ist ja geil... Oh Gott... Stöpsel rein! Ich habe... Keine Ahnung... Kleine in das... Das Kleine in das... Nee... So rum ist falsch... So rum ist falsch... Das ist korrekt... Ey, ich bin kein Klempner, ja? Hey! Ähm... Hallo Lukas, wie geht's dir denn? Ich habe ein kleines Problem... So, geh raus... Also hast du dich... Nein! Ich habe den Kontrollpunkt geladen... So wie das ein Pro-Gamer macht... Ach so? Und Kontrollpunkt laden! Yay! Kann ich gleich nochmal machen! Nein! Fuck! Kann ich gleich nochmal machen, hat er gesagt! Alter, Alter! Hast du Spaß, Lukas? Ja! Boah! Boah! Bleib so! Bleib so! Daniel! Ey! Voll auf den Hinterkopf! Okay! Wir machen jetzt den Katerpulte raus! Ich glaube da fehlt so ein paar... Ja! Wir müssen jetzt das Ding rüber bewegen, das wir hier rücke machen können! Also macht euch nützlich! Wohin soll es denn? Ja, da wo das Feuer ist! Ja, Neo! Ja, wo ist das Feuer? Nichts! Ich hänge ein bisschen rum, ich sehe das nicht! Nein, lass los! Nein, nein, nein! Nein! Ich finde es geil, wie einfach ich das bewegen kann! Guck ich dir das mal an! Alter, Acht, Robin! Lass jetzt los! For fucks! Robin? Ja? Ja! Was ist das für ne Musik, Alter? Oh fuck! GEMA! Copyrighten! Kevin kannst du mich hochziehen Kevin Voll gemütlich du Arsch Hilf mir Okay ich bring mich um Ach besser Mach ich nochmal Ach komm nein 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 Ey das kannst du mir nicht erzählen wenn ich jetzt nochmal runterfall Wo muss man hin Ich hab keine Ahnung Ich hab nie Ich spring ins Nächste Verbrennung Ahhhh Der ist ein Gang Der ist ein Fenster da genau du kannst Daka Soko, kannst du ja nicht springen. Das geht. Einmal tief. Oh ja. Nein. Ich bin durch. Ich habe das andere Fenster genommen. Das muss tatsächlich das Fenster. Ah, I see. Hex. Hurra. Ach, Vater. Das wird jetzt spannend. Ja, das wird wirklich spannend. Erstmal voll Unterstützung, Lukas. Aha. Vor allem habe ich übelsten Delay. Alter, willst du mich verarschen? Alter, der kann auch nichts als nur trollen, der Junge, ey. Deswegen will keiner mit dir spielen. Das ist gemein. Keine Sau mag dich, Robin. Was machst du hier überhaupt? Oh lord. Das ist jetzt mein Pfannkuchen in Traurigkeit. Was macht das? Ah, der hat auch was anderes genommen. Sehe ich das richtig? Nein, das ist was anderes. Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu machen. Alternative Roots. Oh, und... Das Ding hat er gepackt. Genau, das Ding hat er gepackt. Er hat sich immer festgepackt. Er hat sich immer festgepackt. Oh. Gott. Ach. Wo bist du, Kevin? Da hinten sind sie. Wir haben das Glas kaputt gemacht. Das didn't work! Dieses Brett, das ist gut. Noch eins! So, warum stehst du jetzt mit dem Brett hin? Nach Bretthausen. Nein, nein! Warte mal, Luca. Hast du gesehen, oder? Wir nehmen jetzt das Brett und du nimmst es als Sprungbrett und hüpfst da rüber. Okay. Aha! Versuch, das so gut es geht zu machen. Kann aber nichts versprechen. Kannst du es ein bisschen aimen? Ähm, das Brett? Ja, jetzt wird es passen. So passt es. Nein! Okay, Kevin. Das passt nicht. Das schaffst du, ich glaube an dich. Nein! Du musst springen. Warte, guck. Du bleibst jetzt da hinten stehen und ich renne jetzt davor und spring runter und dann passt das. Du wirst es sehen. Ja. Ja. Oh mein Gott! Kevin! Komm schon! Ja! Du bist schon ein bisschen am hellen. Das ist nicht der Way to go, das möchte ich nur mal sagen. Das ist aber die Erwartung! Nein, ich hab's jetzt gar nicht. Ja, ähm, easy würde ich sagen. Robin, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ja, mit dem Rohrhanty. Das, was wir machen sollen. Ich hab ein Rohr gemacht. Da siehst du es, Luca. Da siehst du es, Luca. Die Singles müssten mit dem Rohrhanty. Ah, Luca, das sind wir gemacht. Facesitting, Alter! Ich fühle mich wie eine wunderschöne Königin. Hallo, Niederlust Volk! Das ist so geistig. Hallo! Wo war der letzte Helmerkönig? Und jetzt? Oh, ich will Riesenradfahren! Oh! Alter! Alter! Halt nicht fest! Gahle! Oh, oh, oh! Woh! Hui! Boah, du Baby, ich bin der Beste! Er hält halt immer noch meinen Arsch fest. Oh mein Gott, es hat fast funktioniert. Easy, Alter! Aus dem Weg! Stöpsel aus, bitte! Moment! Ausstöpseln! Stöpsel die gleich aus, Mensch! Boop! Passt auf! Passt so. Passt so. Da oben ist doch ein Rohr, wo wir machen. Ja, ich weiß doch schon, wie ich da rankomme. Wo ist das Rohr? Ich seh's grad nicht. Da oben. Ich weiß auch, wie mir das geht. Warum bewegt sich das Riesenrad nicht mehr? Weil Gas rauskommt. Geh andersrum, andersrum. Geh doch hoch. Deswegen müssen wir irgendwie umkippen, glaube ich. Kannst du das Brett mal auf die andere Seite kippen? Warte mal. Fahne mich grade auch mal, ey. Das sind nämlich paar Fässer. Ich erkund mal die Map. Und das scheiß was auch rollen, Lukas. Das ist ja doch so einfach, Lukas. Oder wir tragen's. Ja, du musst erst mal drehen, wenn du rollen willst. Das ist ja so Backnase. Ich bin in den Abgrund gerollt. So, und jetzt? Loslassen. Loslassen, lass los. Echt? Okay. Jetzt gib mir mal einen Stoß. Noch einen. Boop. Warte, warte, warte. Klapp um, Junge! Alter, das funktioniert zu halb. Nein. Und das Fass war unnötig. Und das Fass war unnötig. Aber, Lukas, drehst du dein Rohr? Das klingt irgendwie... Das klingt nach Advanced-Technik. Bruder, das ist... Kamasutra-Stuff, ne? Jawohl. Ich glaub jetzt bisschen mehr, ja. Das ist der Helikopter. Junge, hörst du jetzt auf, da rumzuwebben, Alter? Helikopter ist was anderes. Ne, ne, es gibt zwei Helikopter. Es gibt den Helikopter, da ist der in Lümmel. Da sind die Rotorblätter. Und es gibt den Helikopter. Aber es ist dein ganzer Körper, das Rotorblatt. Und dein Lümmel. Ist das Ding, was sich... Bringt dich zum Drehen. Ah. Du weißt, dass das absoluter Geist-Bredater-Bollshit ist, ne? Ich weiß nicht, warum du jetzt gleich von geistig Behinderung sprechen musst, mein... Alter! Junge, mach's endlich! Mach du halt! Okay, erstmal Müll weg. Junge. Ist das so klar? Komm! Ich dachte so... Müll weg! Du bist doch kein Müller. Ja, du schon. Müll weg. Gemeinsam! Hat dir jetzt beide nicht runtergeflogen? Ja. Oh, Lokast. Der Kauper und der Trump. Alter, du bist meine Wehderfahrt. Du bist ne Uhrensohn. Du bist ne Uhrensohn. Nimm was dann, oder? Ja, muss es nur rotieren. Was ist denn das für ein Tum hier eigentlich? Jetzt hab ich alle Arbeit gemacht, jetzt guckst du, Alter! Ja, das soll ich nicht so machen. Ja, ich bin auch schon aus dem Brüm gelaufen. Easy. Also jetzt war easy. Alter, verfreit sich. Jetzt dreht sich das Scheißteil. Wird auch sonst passiert... Oh. Oh, jetzt sehen wir schneller! Ähm... Wow! Yeah! Oh! Ey, lass dich doch mal! Ich glaube, ich hab den Ausgang gefunden. Ich bin durchgebretert! Ich auch! Yay! Hast du grad... Alter, hast du das Rad mitgenommen? Wie ist das Rad mitgeflogen? Oh, das ist hier ähm... Das ist Eisbeth. We were here together. Warte? Ey, das ist ne Eisblock, ne? We were here hab ich letztens gespielt. Das war übel geil. Ich hab's auch... Ja? Ich hab's mit Beth gespielt. Oh, ich hab's auch, aber... Ich glaub, niemand anders hatte das. Ja doch, das ist kostenlos. Also, we were here ist kostenlos. Der Nachfolger nicht. Ja, den glaub ich hab ich. Den hab ich irgendwann mal in einer Dicks bekommen. Ähm... In einem Humble Bundle. Oh, la, la! Und das hat... Das war schon ein Save-Wert? Ernsthaft? Alter, das ist ein Richter. Da hätte ich eftiger Sprung gewesen. Ähm... Naja, das wird was. Das ist... Ja, weil hier... Irgendwie hier durchmüssen, also. Ja, den geht auch nicht mehr. Du bist zu... Okay, ich hab... Der Dings geht hier nicht durch. Ist irgendwie so ein Gefühl. Müssen wir eine Treppe bauen? Glaub schon. Der passt da durch. Ah... Das ist... Wasser. Das hab ich auch schon getestet. Ja, Eis ist Wasser. In gefrorener Poch. Kommt der Chemiker wieder. Das ist der Lüge. Das ist eher Physik. Aber ja, okay. Das ist der Lüge. Warum hab ich den Scheiß dann in Chemie gelernt? Ja... Ja... Check your privilege. Weil es die Chemie in der Unterordnung der Physik ist. Ja, bist du Untermensch. Das ist genau das. Die Prämisse an der Stelle. Ja, das müssen wir vorhin einfach... Nein! Vielleicht reicht er auch. Reicht das schon? Alter, da ist mein Kopf los! Ja! Da ist mein Kopf los! Ich bin gleich oben! Gib Lukas mit! Ja! Ja! Untermensch! Der hat's nicht geschafft! Was ist das hier? Alter! Ja, komm her! Nee. Und dir lass ich mich nicht retten. Ja! Ich spring mich lieber oben! Ja! Aha! Big brain, Kevin! Achtung! So! Müsste das Eis da hoch? Ich denke schon, oder? Ah ja! 0! Hier sind zwei Bretter! Kevin! 22! Arbeitet in einer Eisdiele! Ich hoffe nicht! Ich glaube, die Bretter wären da unten praktischer. Ich glaube, da drüben müssen wir nicht lang. Ups! Mal zu! Ei! Das sah gerade ziemlich lustig aus, wie ich mein Arm gerade auf deine Schulter gelegt habe. Das wäre ja nicht das erste Mal. Hat's gerade gespeichert, weil du da hochgejumpt bist? Ja! Okay! No way! No way! No way! Oh mein Gott! Das ist so dumm! Easiest level of my life! Ja, das war gerade mal wieder der Imba-Leck des Todes. Das war halt jetzt nicht der way to go, Adeph! Bei mir hat's übel geleckt. Oh nein! Ich bin hier richtig, nicht... Ausreden! Mmh! Ah, ist denn mehr! Ach der Uni. Oh ok! Oh, ist nicht der way to go, Adeph! Ich hab immer noch das jetzt damit. Wow! Was ist hier passiert, alter! Ich bin fett! mit fett hat mich an den stein geengt der stein ist runtergekommen ich glaube ich bin fett ist die größte lüge die du jemals erzählt hast ja da brauche ich mir alles gute zum geburtstag gewünscht ich will den zweiten stein ging mich da jetzt dran und dann fällt er runter wie ich gesehen habe gerade hat man den stein gar nicht gebraucht to be fair man hat das rohr vorhin auch nicht gebraucht da bin ich auch einfach rübergeklettert das stimmt also die werfen wie das gefühl hat jemand nicht ganz durchdacht was ich brauche den hut ich stelle mich hinter dich ok stell mal bitte einen eisblock hier drauf dankeschön wir haben gerade wichtige hutbusiness gespräche warte 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 hier drauf mit dem eisblock das muss so das muss so heiter rein den anderen brauchen wir dort das ist das eis kleiner geworden ja ja mann junge friction aller friction geht's denn hier eigentlich lassen altjord ich lass ausgleichen stellst du da drauf und ich hüpfe alle hier geht es an den anfang der map das ist belastend mach mal da zieht mal das ding da runter auf der anderen seite andere seite drauf oh yeah baby jetzt muss hier noch ein anderer drauf komm an mir muss noch einer drauf ja häng dich einfach an mir dran wirst du hast du das können komm ja der lucar ist unten drunter ok hol jetzt einen eisblock hol jetzt einen eisblock hol jetzt einen eisblock er ist etwas oben der war meinst er ist oben ja er wird schon oben schon gesalte wirst du was geil wäre wenn die tü hier einfach aufgehen würde ok geht sie nicht ey ich mach hier ein karussell gleich leute ich werde dich jetzt immer öffnen der hier ah nichts passiert oh mein gott 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 ist euch dips ah mein ah mein ah fuß zu nicht drinnen nein snowboardi moment man kann da oh mein gott man kann da wirklich draufstehen ok ok du musst oh yeah ab auf die piste ich bin voll gegen den baum gebrettert wie hast du das gemacht also einfach drauf einfach drauf juii er hat einen sprung wie komm ich hier wieder raus kann ich die teile abschneiden oder so keine ahnung bestimmt guck mal b ah bin draußen ich werde es nicht abgeben ich werde es nicht abgeben ja mann wollen wir jetzt einen snowboard mitnehmen hohe ja gib dich rein jungen yeah also Richtung ne so links ne so ne so ne so ne so weißt du wie es passt for fucking sake nein got it ah kann man die steine da rausnehmen ich kann das anheben Aber das bringt einem nichts. Das sind dann zwei Gewichte. Ich hab, ähm, Luca? Ja? Du musst dich auf das hier draufstellen, auf das Hinterre, und das andere musst du nach unten tun, dann bist du da hochgehoben. Also auf das musst du drauf, und auf das andere musst du das Gewicht drauf. Dann bist du da hochgehoben. Jetzt muss hier das Gewicht drauf. Erklär mir mal, wie du da jetzt das Gewicht draufkriegen willst. Ja, jetzt soll ich erst auf die Steine gehen, und wir machen das Gewicht drauf. Dann spielst du dann unterwegs drauf, weißt du? Got it. Wie komm ich hier hoch? Mit der Schraube. Wie kommen wir nochmal ab? Ich hab keine Ahnung, wie ich das geschafft hab. Guck mal nach unten und klick und halt dich am Snowboard fest oder so. Hallo! Hast du los, Robin? Ja, okay. Ah! Big Brain. Das war irgendwie leichter als gedacht. Ja. Stell drauf, Junge! Tschüss. Das war Daniel, glaub ich. Ich hab den gar nicht gehört. Ja! Ja! Ehrlich geredet. Die alte Schnauze, geil. So müsste ich's gehört. Ja. Äh. Das ist so fucking awesome. Ola! Bleib so! Bleib so! Bleib so! Ich glaub ehrlich gesagt, wir müssen auch da hoch, Kevin. Ja, Kevin. Müssen wir auch machen. Auf der anderen Seite gibt's noch eins, Leute. Hier bei mir. Das heißt, ähm, ihr müsst das jetzt hier nach unten bringen. Bei euch. Kev, geh aufs andere. Ja, sofort. Brauchen wir das Brett hier oben? Vielleicht. Das mal oben. Seht ihr das, was die Deckert hochgetan hat? Da müsst ihr, glaub ich, hin. Da bin ich auch auf dem Weg hin gerade. Wie gesagt, ich hab übelst nen Delay. Das war auch der Grund, warum ich Niffelheim nicht geschafft hab. Ich hoffe, das haben wir aus ganz anderen Gründen nicht geschafft. Außer doch Niffelheim. Ja, das war der erste Versuch. Beim zweiten Versuch hab ich das letzte Jump'n'Run nicht geschafft, weil der immer so ein bis zwei, drei Sekunden später reagiert hat, als ich geklickt hab. Interessant. Okay, was mach ich jetzt hier? Äh, ich glaub wir müssen erst da runter gehen und ihr müsst das runter tun, oder? Äh, hier geht das Level weiter. Ja, hier geht das Level weiter. Scheiß auf dein Brett, Kevin. Hä? Es hat grad gespeichert. Es geht jetzt runter. Ach so! Ihr könnt, ihr könnt den Kontrollpunkt laden. Aber mein Brett! Ein Snowboard! Ein letzter Ritt! Ein letzter Ritt! Aus dem Tagebüchern der Wanderhure. Ein letzter Ritt! War das nicht irgendwie ne Serie früher? Wanderhure gibt es! Wanderhure von Wuppertal! Senegal, Gal, 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 Illegal! Ah, so! In den Abgrund rein! Ich hab das Gefühl, ich muss hier gar nicht sein. Oh, ich will den Steinpenis umwerfen. Natürlich wüsste das! Das sind alles Steinpimmel. Für dich ist alles ein Steinpimmel. Interesting, interesting. Kann man die umwerfen? What the fuck? Ne, kann man nicht. Ich hab's versucht. Oh, look out! Warum sind wir hier? Haha! Das ist eine sehr gute... Oh, hier ist ein Loch. Steine zu holen, um das Ding da einzuschlagen. Leute! Die Frage ist, wie kriegen wir die da rüber? Oh, Steine von einem Punkt zum anderen bringen. Das... Oh, Scheiß! Wir brauchen das Brett! Ich frag mich dafür, wie wir das Brett brauchen! Ich hab ein Déjà-vu und ihr? Wo ist das Brett, Lukas? Da unten! Oh, for fuck's sake! Ja... Ich möchte mal bitte, dass mir mal einer erklärt, wie man dieses Level alleine schaffen soll. Irgendwas läuft hier schief. Das ist nicht ja Huren so. Was? Okay, du, das Brett hier drauf? Versuche es. Seid ihr Spacken eigentlich? Einmal, ich mach erst was anderes, Lukas. Lass das Brett mal ganz kurz hier. Das Brett können wir so lassen. Okay, das kommt jetzt erstmal hier drauf. Ja. Ich tu mich kurz umbringen, ich spiel ja nochmal von dort oben drauf. Das heißt, dass du da einfach hochklettern könntest, ne? Das wär aber viel zu schwer. Ahhhh. Ich spiel ja da einfacher Ausweg. So! Und Monetarisierung ist weg. Also, dass du sowieso monetarisieren könntest. Also, dass du monetarisieren könntest. Spätestens seit der Helikopterdingnummer nicht mehr. Ja. Ja, also, das stimmt. Das hast du mit angefangen, also. Wie man sieht, ich hab davor auch schon mindestens eine Sache gesagt, die nicht so ganz kinderfreundlich war. Bestimmt. Robin, ich sehe einen Fehler in deinem Plan. Werder? Der required, dass ich da hinten stehen bleib. Werder? Nicht nach hinten runterfallen. Was machst du eigentlich, Kevin? Äh, ich hab die... Den Weg geebnet für die Kollegen. Wunderbar, ich fühl mich nochmal kurz vor dem Urgas. Ja, das könnte man auch so jetzt schaffen. Ja, aber, ähm, ich würd's sicher gehen, weißt du? Alter, ich fühl mich grad mit der Southpark-Folge mit dem Sofa. Du fucking idiot. Kevin, nimm jetzt das Brett. Du nimmst das jetzt einfach. Ich komm da nicht rein. Du kommst da rein. Ich mein, das lag perfekt, bis du's runtergeschmissen hast. Heiß, was habt ihr gemacht? Oh no! Wir machen das jetzt anders. Why? Das war ich im Affekt! Das kam perfekt. Ich komm grad zu einem Lukas, weißt du, oder? Ich bin so... Das sagt ihr im Affekt. Ich hab mich grad umgebracht. Geh her, Junge. Geh her. Reisch rüber. Reicht zu mir. Ich will das nicht... Dein Ernst, Ron. Wo kriegst du ihn? So. Jetzt nehmt das Brett. Das funktioniert so nicht. Doch, das funktioniert so. Ihr glaubt nur nicht daran. Bleib jetzt hier stehen. Oh du runter, der Scheiß. Bleib jetzt hier stehen. Du, was ist das weg? What? Wie ist eigentlich die Wahl in Großbritannien ausgelaufen? Keine Ahnung. Ausgelaufen? Habe ich dir auch grad gedacht. Ja, also... Wie ging's ja vorhin? Okay, ich hab's in der Hand. Schön, kannst du auch... Kannst du auch... Kannst du auch... mit deinem Dick zu spielen? Hoppa! Ah! Okay, jetzt... Ich kann auch kommen. Also... Ist beide hoch. Ist das... Das Brett ist zu fett. Oder ich. Kein Problem. Das Ding ist zu groß. Das hat... Das Katast hat Captain America gemacht. Kevin, das kann ein Tor nicht. Hey! Schlossen weg! Der Arsch ist heilig. Okay. Jetzt muss einer in den Gegner nehmen. Häuser. Bist du hier? Ähm... Nimm das Brett, Junge! Bitte nimm das Brett! Ich halt Lukas auf! Er hat... Er hat... Nein! Lass los! Lass los! Lass los! Ich krieg's... Nein! Oh no! Können wir uns nicht einfach drei Leute uns das Brett nehmen und einer nehmen und es hochhalten und ich nehm's oben entgegen? Nee! Doch! Bitte! Ich mein, wir haben's ja schon quasi, Drucker! Ich... Ich mach... Ich mach die Neuaufnahme neu. Ich hab jetzt schon bei 40 Minuten.